Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Servarium. Das letzte ist schon wieder ein bisschen her. Ich dachte mal, wir spielen es mal wieder und ja, wir sind in ein Spiel rein und es gab es kein Update, also wird jetzt nicht so viel Neues sein. Ja, heutzutage ist es irgendwie komisch, wenn man nach gefühlt zwei Monaten ein Spiel startet und kein Update gibt es, dann... Das ist schon merkwürdig, ja, das stimmt. Dann, ja, stimmt irgendwas nicht. Naja, gleich geht's los in 5, 4, 3, 2, 1 und... So, ich wieder mit meiner Snipper-Sniper-Waffe. Aha, so viele Gegner sind da gar nicht. Ach, das ist die Karte. Ja. Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das machen kann. Ja, aber das ist auch schon wieder ein bisschen anders, ne? Also von, von, von... Aim und so. Hm. Na, erst mal da oben mal das abchecken. Ich kenne mich hier nicht mehr so gut aus wie früher. Ach komm, da ist doch immer jemand nach oben gelaufen. Ah, ich hab daneben. Ah, danke. Lol. Wow. Shit. Wo kommt der denn? Oh Gott sei Dank. Wow. Er hat es nicht gecheckt, dass ich das nicht geschossen hab. Bei 1 HP bin ich jetzt grad noch... Äh, hab ich grad das mit dem Pick reingehauen. Da war irgendein Fick. Das ist neidisch. Ja, das war ich. Aber gut. Vielleicht hab ich hier grad den gekillt, der dich angehittet hat. Alles im Bereich des Miet. Sehr ruhig hier wieder alles. Da oben ist er noch. Scheiße, wo ist er denn? Warte, Schüsse auf dem... Alter, wie viele Leute sind denn hier drin? Ach, das sind so kleine Runden. 6 gegen 6. Oh. Ja, das sind relativ... Deswegen hab ich schon am Anfang gesagt. Es sind sehr wenige da. Zingel blöd jetzt. Da ist einer, da. Ich seh die Füße. Natürlich ist da ne Anomalie. Naja, blöd. Der ist so klein. Ich seh keine Gegner. Ja, doch. Einer gammelt bei denen in Spawn. Aber die wollen immer aus dem Turm schießen. Ich denk mal auch, dass er ne Sniper hat. Oh, der mitte... Aha, der eine sagt... Oh lol. Äh, ich hab gar nicht gewusst, wenn man das Mausrad gedrückt hält, dann... Ja. Kann man... Kann man so Befehle machen. Ach so. Okay. Ja, das muss ich auch nicht. Oder? Ah ja, stimmt. Oh, der macht jetzt sogar ne Handbewegung. Grad sehr... Also ich find, das ist gerade sehr... Ja, sehr, sehr ruhig. Fast schon zu ruhig. Ja, also bei 6 gegen 6 ist es halt... Ja, das ist schon vor allem bei der Map, ne? Ah, fuck. Ah, ich hab's doch gewusst. Komm, komm, komm. Du läufst hier durch. Du läufst jetzt hier durch. Du willst sterben. What the heck? Er hat den jetzt getroffen. Wo hat er? Jawoll! Schnell reagiert. Und getroffen. Holy shit, was hat denn der für eine Waffe? Wieso? Ja, noch nie gesehen. Keine Ahnung, was das für ein Ding sein soll. Einfach mal das übelste LMG mit Fernrohr und Nullrückstoß. Oh, da ist eine Anomalie nicht gut, äh, nicht gut, äh, nicht gut, äh, eine Anomalie. Komm ich den jetzt raus. Au, 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 au. Ah ja, das Fett LMG. Alter, holy shit. Nullrückstoß. Aus der Entfernung. Holy moly. Ich hab's vor der Gleich. Ja. Das ist schon hardcore. Also, null. Das, also, nullrückstoß bei so einem Maschinengewehr. Holy shit. Heiko, was da lang? Ich geh wieder dahinter, kann ich wieder ein bisschen in die Mitte gucken, das war, weil ich jetzt nicht in die Mitte geguckt hab, war das natürlich Oh, der hat die Schrotflinte, der Sack Ja, Schrotflinten sind stark, ja. Boah, ich weiß gerade einfach nicht, wo die Gegner sind, ne Überall Anomalien, das ist richtig arschig hier Ich hätte eine Granate öffnen sollen, fuck Wieso musste oben ist auch jemand mit Schrotflinte kommen? Oh, shit Hat der für mich geschossen? Ich weiß es gar nicht Ist richtig doof hier Ich möchte gerne wissen, wo die spawnen überall Die müssen doch normalerweise immer drüber laufen Haben wir überhaupt noch Gegner? Ja, wir haben noch Gegner Oh, shit Ja, genau, der hat eine Schrotflinte, Mann Und genau dann springe ich mit der Sniper direkt vor ihn Der hat sogar daneben geschossen mit der Sniper Nein Oh, Mann Boah, das war jetzt ärgerlich Wie kommen die da hin? Ich aim doch da die ganze Zeit ab Boah, ist das nervig Ich aim mal die andere Seite ab Vielleicht hab ich da mehr Glück Mist Alter, jetzt sind die da zu dritt oben Da war doch einer Komm raus Alter, wie komm ich denn hier runter? Ich spawne immer nicht Ich weiß nicht, wie ich rauskomme Haben Was für eine Fickrunde So Fick Was? Nein, der hat doch auf den oben geschossen Ah, zu lang reagiert Boah Loll, der war an so einem Spawn drin und sack Oh, Mann Ah, die sind gut, die Gegner Die sind richtig gut, ey Ja, die sind eher links alle Weil ich hab grad ein bisschen Weil rechts bin ich die ganze Zeit Und jetzt kommst du links Alter, der Herr greiert Da war einer, da war einer So nicht mein Freund So nicht mein Freund Ich hab dich doch gesehen Da ist er Nein, daneben Mist, wo ist der? Die verschanzen sich alle oben, die Zicke Man, ich seh den die ganze Zeit Aber der wägt sich so schnell Was, der lebt noch? Oh Wir haben mal einen Teamkiller in unserem Team Äh, Teamkiller Oh, Mann Wie kann der so einen Schuss überleben? Der hat acht HP gehabt Acht Fuck Und sowas überlebt? Alter, meine Güte Boah, wie ekelhaft Alter Aua Aua Ja, die sind jetzt schon in unserem Spawn drin Das ist natürlich nicht so geil Die laufen einfach rein In so unsere Hütte, ne? Einfach volle Rotze, was geht Haku, zack Oh, er ist verrückt Ja, ich lauf raus und hörst schon Bäm, 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 bäm Loll Ist der Hast du ihn? Was? Einen habe ich in unserem Spawns Genau, den habe ich gemeint Da habe ich einen roten Punkt Rotes Pünktchen gesehen Nur die Frage, war das der? Da war das jetzt ein anderer In unserer Base muss man echt schon ganz recht aufpassen hier Vor allem weil die hier hochrennen, Leute So richtig widerlich Haku, zack, Ramentor Die kämpften hier alles ab, diese Ficker Die haben alle so übelste Waffen irgendwie Ja, gerade haben sie mich Ich erinnere mich gerade an früher irgendwie Das ist jetzt echt richtig nervig Schon wieder der Ja, wieso überlebt er jeden Scheißschuss? Ja, jetzt ist er verblutet, Gott sei Dank Hätte mich schon aufregen müssen jetzt Der läuft immer wieder die gleiche Kacke ab Läuft immer hier hinten lang Und will sich da hoch schleichen Um von da hinten uns weg zu holzen Einmal rum Schön in unsere Basis rein Nein Den dritten hab ich nicht erwischt Oh, beinahe ein Trippelkiller oder was? Aber auch nur beinahe Ja, weil sie sich alle umgekämpft haben Au Was? Vier? Nein, nicht ne Granate Fünf Auf der Karte kann man jetzt Zumindest auf unserer Seite hin Richtig ums Spawn campen Wie ist der fix? Ja, das stimmt Och nee, natürlich ist genau da jetzt ne Anomalie, oder? Wie ist der da hingekommen? Das ist jetzt Das ist jetzt Nicht dein Nicht dein fucking Herz? Also dort ist anscheinend irgend Ja Mit Mit ner Schro Was? Mit ner Schrotflinte? What? Ah ne Ah ne, das war kein Schrotflinte Gut, der Jupp Hockt da im Haus Und camp Also camp da runter Die Leute campen einfach die ganze Zeit runter Typ Ne, das Spiel macht gerade überhaupt keinen Spaß Ich finde es geht Das sind natürlich voller Rotze Camper gerade Und es ist sehr schwer gerade Aber es hält sich in Grenzen Also ich kann mich jetzt Ja gut, 6, 6 ist jetzt nicht so sonderlich gut Ja, aber weil es auch zu wenige Spieler gerade sind Muss ich sagen Es sind gerade zu wenige Spieler Es ist es einfach so Ja genau 6 und ich werde einfach in mein Ding Ja, jetzt habe ich es nicht so schnell 5 drücken Aber wo war der jetzt schon wieder? Das wurde mir nicht angezeigt Aus nichts heraus Ich weiß nicht, wo die mich killen Aus welchem Eck Der Schuss fällt Und überall diese Anomalien Ich bin kurz davor Alter 4 zu drücken Ich bin ganz ehrlich So schlucken gleich bei dir Ne, also das Macht mir überhaupt null Spaß gerade Also übelst nichts Ja krass Ist der jetzt tot? Ich mach das gleich jetzt mal bei denen Achso, gut Jetzt ist eh gleich vorbei Die Round ist eh gleich vorbei Ja, ich bleib genau Genau gleich Also nichts besonderes Boah Den haben wir noch mitgenommen Wenn ich jetzt nicht sterbe Einfach nicht sterben Dann bleibe ich 1-0 Ja, leider war keiner da mehr Den ich abknirpsen konnte Eine Niederlage Ja, gut Aber ich muss auch sagen Unser Team war aber wirklich Ja, wir hatten ja einen Teamkiller drin Also Ja, das ist auch noch dazu Ich weiß nicht, ob er dich auch mal gekillt hat Aber Ne, mich hat er nicht gekillt Ja, aber was willst du dich eigentlich beschweren? Du hast voll die gute Runde, Alter 13-12 Holy moly Ne, die war richtig Alter, du hast am zweitmeisten Kills in dem Match Von allen Ja, trotzdem Das ist einfach Mach's Ja Ja gut Weil das immer viel mehr Spieler waren Da kam es viel schneller vor Und mehr Action Weil jetzt waren es echt wenige Und die haben sich einfach irgendwo Sind immer außen rum Haben sich irgendwo Vercamp In unseren Spawn Und dann Musstest du die erstmal finden Weißt du Die haben einfach schon Ungefähr dorthin gezielt Wo du spawnst Ich hatte halt ein bisschen Glück Mit meinem Sniper gewährt Dass ich die immer relativ Von der Ferne schon gesehen habe Weißt du, dass Die mich nicht wegsniper konnten Weil ich selber Sniper war Glück gesagt War der einzige Vorteil Der einzige Vorteil So So Und das findet ihr da nix Sehr schön Die BVB Ja Genau So ist es auch gerne mal Ja Man sucht länger In dem Spiel teilweise Nachricht des Tages Drei Aber neue Ausrüstung Bekommen wir auch nicht mehr Ne Das ist super bei irgendwie Keine Chance Ne Wir leveln so langsam Da kriegst du nix mehr Gefühlt habe ich diese Ausrüstung Schon seit immer Ja Eigentlich schon Ja Von Anfang an Und es gibt es auch In meinen Augen Also ich Kriege keine bessere Waffe Also die eine Die habe ich mal einfach Glück gehabt Also das Das Warte In meinem Inventar Die MP5 da Oder die Ferex Sorry Meine ich Ich glaube eine MP5 Habe ich auch noch Ja da Aber das ist MP7 Entschuldigung Aha Ja die habe ich auch noch Aber die sind beide Okay Die sind gut Meine Sniper ist halt Sehr stark Vor allem auch Ein bisschen Wenn du ein bisschen Kannst Hier Aus der Entfernung Wenn da die Karte Ganz gut ist Aber jetzt ist es gemetzelt Ich glaube mal Dass die Karte Ziemlich klein ist Deswegen nehme ich jetzt mal Die Maschinenpistole Gemetzelware Sowas wie Teamwertmatch eigentlich Nur kann das sein Dass das Ohne Team ist Wo bist denn du Skull Bist du schon drin Ja Ach das ist Ne Hey Hey Die kenne ich gar nicht Oh lol Das sind ja Gegner Oh der eine Wie immer eine Schrotflinte Oh ja eine Schrotflinte Wäre jetzt schön gewesen Habe ich jetzt nicht drin Moment da mal Ich bin hier doch gerade gespawnt Die Gegner Die waren früh da jetzt Holy shit Wollte ich gerade sagen Also ich bin gerade gespawnt Ich sehe immer ein Gegner schießt kurz drauf Hat wahrscheinlich nur noch 90 HP gehabt Da hinten Alles klar Ich hasse es nicht fest, wenn man angeschossen ist, dass man nicht weg sprinten kann. Ich bin so gewohnt von den anderen Schuttern. Aua! Ich darf zu schießen. Ich blute immer noch. Ist nicht gut. Holy shit, wie der mich direkt gesehen hat. Schau mal, einfach mal reinschmeißen. Ich müsste auch in den Nacken kommen, aber die kommt nicht vor. Oh nein, 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 ich verrecke. Ja, schnell, schnell, hauen rein. 2, 1, ich hab schon, ich hab die Spritze schon verwendet. Nein. Hä, halt, ich hab vier Spritzen. Echt? Ja, schon wieder. Nein, 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 nein. Alter, ich hab schon das zweite Mal bei einem HP jetzt die Spritze reingehauen. So, erstmal die Grenade schmeißen. Noch eine Grenade schmeißen. Boah. Nein! Jetzt hat mich eine andere noch abgestaubt. Ein Snipper. Alter, die Snippern haben es ja voll gut bei dir. Holy moly, Alter. Die sind in deren Spawn und können bis zu unseren Spawn snipen. What? Wie komm ich denn hier jetzt raus? Ja, gar nicht, oder was? Nee, kommst du nicht raus. Alles. Leute, die sind einfach wieder Nuss. Die kämpfen einfach alle. Ich bewegen sie nicht mal. Aber, nein, das wollte ich nicht. Scheiße. Das ist so eine sauenge Karte, oder? Ja, das ist gemetzelt. Das ist diese Modus. Boah, ist das kacke, Alter. Ich krieg's raus. Ja, genau. Und der macht mich mit der M4 weg. Das ist wieder... Auch die haben wieder... Jetzt merkt man wieder, dass... Ich glaube, wir spielen gerade irgendwie im russischen Server die ganze Zeit. Ja. Und das siehst du richtig. Im russischen Server haben die wirklich so richtige OP-Waffen. Das merkt man richtig. Weil die haben... Das kann natürlich nicht sein. Bei dir haben richtige... Achtung. Vorsicht. Ja, schau auf die andere. Ja, 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 ja. Hasten? Ja, bei dir. Boah, da ist noch einer. Oh, neuner. Oh, oh, Granate. Was ist denn nochmal? I'm loving that machine gun. Oh, ja, ja, die haben so... Oh, also der eine mit der M4 und so. Das sind ja Waffen, die kriegst du so nicht. Dann musst du echt Geld bezahlen. Das ist dann schon... Die hat man ja gerade gesehen, die sind schon saustark. Da habe ich keine Chance mit meiner Waffe. Das ist ja bis sofort weg. Und ich glaube, gerade im russischen Server... Aua, ich bin da gerade erst hingelaufen. Was soll denn das? Gerade im russischen Server in Russland wird dieses Spiel, glaube ich, ein bisschen mehr gespielt wie hier bei uns. Und deswegen glaube ich mal, dass wir da schlechte Karten haben. Oder wie der mich gleich gesehen hat. Oh, hast du den. Sehr gut. Aua, wieso? Ich werde immer angehen, wenn ich da kurz kurz rausgucke. Zack. Fast tot. Also, diese Granaten schmeißen, das kriege ich gar nicht hin. Mensch, echt. Der ist fruchtbar, nehm ich schon. Ich muss mal Leben auftanken hier. Da dauert gerade ein kleines Menschen. Wow. So ein Rückstoß. Wie der mit der M4. Mist. Der hat auch einen heftigen Rückstoß gehabt. Aber ich weiß nicht. Das war jetzt einfach nur Pech. Glaube ich. Wow, das ist ein Gegner. What? Steht der nur zum Spawn drin mit dem Rücken zu mir. Und ich habe nicht gecheckt, dass es ein Gegner ist. Ja, okay. Da hinten kämpft der. Der mit der M4. Warte, ich nehme jetzt die Sniper. Vielleicht kann ich da ein bisschen was ausrichten. Warte. Ja, der mit der M4 hatten wir auch schon öfters erwischt. Der hat so ein scheiß Visier. Ja, und dann ist er wie so im Nahkampf saugut. Nein. Jetzt kommt einer mit der P9. Ne. Ist er, lol, ein Bot. Ein Bot? Bin wir gerade gegen Bot? Der war gerade gestanden ein Bot, ja. Der ist Peter. Oder wie ich es. Jetzt läuft der weg. Oh, Mist. Den hätte ich schon killen können jetzt. Hä? Ja, den Sniper hinten, den habe ich erwischt. Ups. Mit der Granate. Schön. Hab ich dich. Fünf. Nein, Mann. So schnell kann ich das nicht klicken. Das ist aber so klar, dass der irgendwie. Eigentlich hätte ich da direkt hinbleiben, weil der wird die Position immer wieder einnehmen. Ich glaube, den hole ich mir jetzt an und dann gucke ich immer an die gleiche Stelle. Kriege ich den von hier hin vielleicht, wenn ich hier hochgehe? Ne, leider nicht. Ne, der ist gleich weggegangen. Mann, ich hätte gleich abdrücken sollen. Nein. Nein, warum treffe ich den nicht? Nein, was? Was? Nein. Boah, jetzt regt mich das auch gerade auf. Die hängen da hinten zu sippend als Sniper rum. Weißt du? Und bewegen sich so, dass ich die ganze Zeit daneben schieße, aber mich treffen sie instant durchgehend. Sau nervig gerade. Da habe ich keine Chance. Das gibt es doch nicht. Ja, Mann. Das kann nicht sein. Ehrlich. Ich treffe die nicht. Da siehst du nur den fucking Kopf und ich treffe den einfach nicht. Ach, das sind zwei Sniper in dem Gebäude. Die sieht man nicht. Ne, es ist so kleine schwarze Punkte. Und du kommst einfach nicht hin. Wow. Oh Gott. Ich habe das Willen. LOL. Ich habe gerade es extrem mit der Knalle. Ah, ich habe den auch getroffen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung. Oh, okay. Ich glaube, das war wieder genug zur Mario. Hä? Weißt du, ich treffe den, mache so einen kleinen Hit. Einen Scheiß-Trick mache ich, weißt du? Warum? Warum trifft der mich, aber ich ihn nicht? Das kann nicht sein. Ich habe ihn jetzt sogar erwischt mit meinem fetten MG, aber so wenig Schaden gemacht, obwohl ich nur den Kopf gesehen habe. Da geht doch genau nicht in dem Moment hinter dem fucking Baumaltar. Meine Fresse. Die haben so einen fucking Lack gerade. Oh mein Gott. Lol, der hat mich da durch, durch diese Anomalie gesehen. Oh, ich kann mich gerade richtig hart aufregen. Was für kleine Motherfucker, ehrlich. Wow, da sind die Sniper, fuck. Nein, es kommt da noch einer runtergesprungen. Ich treffe die Sniper nicht mehr, weil die, die, du guckst raus, du musst ins... Alter, jetzt bin ich direkt dahin gerannt. 6 AP hat er noch gehabt. 6 AP! Alter, dieses Scheiß-Sniper da hinten. Ja, und ich krieg's denn nicht, weil ich, wenn, ich, ich muss länger zielen. Weil das ist so... Wir sind zu weit. Wenn du einen killst, kill dich der andere. Ja, genau. Oder die schießen halt beide auf dich und da... Ja, und da hast du keine Chance. Ah, was? Oh, man kommt ja nicht mal raus. Man kommt ja nicht mal raus. Was ist das für ein Dreck? Oh! Was, was ist das für ein Taten-Design? Boah. Was, was? Holy moly. Oh, wer... Das... Ich weiß nicht, da rechts könnte... Oh, jetzt die Sniper, wie das... Die gehen mir so auf den Sack. Weißt du, zu zweit da hinten, Alter. Zu dritt sind die da oben. In der Kill-Camp sind sie zu dritt da oben. Boah, ey. Ich könnte so scheiße schreien. Unsere Leute, die laufen einfach nur raus. Tot. 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 Unser Team stirbt einfach nur noch vor sich. Oh, ich habe einen Sniper. Ein Sniper habe ich. Die spawnen da wahrscheinlich direkt. Ja, die spawnen da immer direkt wieder. Ja, klar. Natürlich. Da ist schon der Nächste. Aber ich glaube, das war wieder genau dasselbe. Der hat sich wahrscheinlich direkt gespawnt und direkt hingezielt. Sofortiger Tod. Vor allem, was ist das denn? Die können doch von da oben runter snipen. Weißt du? Und wir haben keine Chance. Keine Chance, dass wir da irgendwas ausrichten. Ja, zack. Oh, oh, das war bei 1 HP, Alter. Holy moly. Sobald du da hoch gehst, um zu snipen, kriegst du sofort eine ab. Ich versuche unten einfach mal. Oh, ich habe einen Sniper. Einen Sniper habe ich. Na, kommt es raus, kommt es raus. Ich weiß genau, wenn ich da jetzt wieder weg gucke, dann kommen sie genau hier raus. Das sehe ich. Das weiß ich einfach. Was, du lebt noch? Komplize. Hast du dir gerade einen abgestaubt? Nö. Na, diesmal nicht, mein Freund. Oh, ist ja gut, dass jemand nachgestanden kann ich kurz vorlaufen. Ja, 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 ja. Nein! Loll, jetzt sind da einfach... Wie wenig Schaden habe ich denn da gemacht? Alter, der war direkt vor mir gestanden und ich habe nur so ein kleines Kreuz gehabt. Dauerhaft. Was hat der denn bitte für eine Panzerung? Wow. Nein, ich habe einen Verbindeten erwischt. Mist, ich habe einen Verbindeten erwischt. Das wollte ich nicht. Bei den Wiedernverbindeten geht es wieder her. Nein, das wollte ich gerade abdrücken! Ich dachte, das ist so Verbindeten und habe nicht abgedrückt und war sofort... Ja, genau, der Sniper war es. Sicher? Der hat mich gar nicht gesehen in der Killcamp. What the fucking hell? Going wrong with you, bitch. Da hinten war doch irgendjemand. Komm, Nebel, hauchst du schon endlich. Meine Fresse, da ist die immer gehen, wenn ich abdrücke. Wow. Ups. Ja, genau, der trifft mich instant. Weißt du, was für ein Dreck. Sorry, ich wusste mich am Schluss nochmal aufdrehen. So schön, dass ich dich auch gerade aggressiv mache. Leck mich am Arsch. Dreckspiele. Das ist doch Wahnsinn. Ja, weil die Sniper, die haben mich gerade so aufgeregt. Der leckt mich am Arsch. Vor allem, weil... Weißt du, ich sehe nur den Futsal-Kopf von denen. Weißt du, das ist das Einzige, was du siehst, weil die so einen Vorteil haben da hinten. Dann triffst du den und der bewegt sich ganz der Zeit hin und her. Dann triffst du natürlich nicht. Und du läufst einmal ganz Millisekunde raus, bewegst dich auch die ganze Zeit. Der trifft dich und dann siehst du eine Killcamp, dass es deinen ganzen Körper sieht. Du hast keine Chance, irgendwie dich zu verstecken. Von oben runter snipen. Alter, ganz ehrlich. Fehlt nur noch, dass sie Standgeschütze kriegen. Ja. Was ist denn das für ein Map-Design, Alter? What the fucking hell? Ja, so ein Map-Design, das war einfach... Und dieser Spielmodus... Ach Gott. Ich finde Gemetzel ja nicht so schlimm bei der einen Map. Aber das war jetzt... Die Map habe ich auch noch nicht gekannt. Und das war ja Katastrophe, die Map. Also sorry, aber... Also wer die Karte gemacht hat... Ne. Sorry, das geht ja mal gar nicht, Alter. Holy shit. Aber die Konzentration... Ja, machen wir das mal da. Boah, Alter. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und... Äh, noch eine Folge so war, muss ich mal gucken. Vielleicht wieder in einem Vierteljahr oder so, wenn es mal ein Update gegeben hat. Aber ich wollte jetzt dieses Jahr mal reingucken, weil das letzte Mal war ja letztes Jahr. Und ja, das letzte Match, also die letzten Spiele, die wir gemacht haben, also die letzten zwei Videos, die waren ja ganz okay. Aber jetzt waren... Ich glaube, dass wir auch im falschen Server waren. Wir waren immer ein russisches Server und jetzt muss ich ehrlich sagen, hatten wir auch... Äh, gerade eben hatten wir wirklich benachteiligt... Also sorry, da könnt ihr von mir aus in die Kommentare reinschreiben. Das war doch... Das war mega unfair, die Map. Also das war nicht immer normal. Übel, ne? Und die Map vorher waren einfach so wenige Spieler drin, dass es sich sehr gezogen hat. Und du kaum zum Killen gekommen bist, weil sie auch dann irgendwann mal zu einem Sporn gelaufen sind. Aber danke fürs Zuschauen und ähm... Ja, bis zum nächsten Video von mir. Muss kein Zerwahrung sein. Ciao.